Und natürlich geht's auch direkt wieder weiter. So, das Zeitschick haben wir repariert. Natürlich müssen wir jetzt hier weitermachen. Ich hoffe, wir müssen den ganzen Kram nicht nochmal neu machen. Falls doch, ist auch egal. Oh, nie. Okay, haben wir schon hinter uns gebracht. Super. Dün, 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 dün. Passt auch, finde ich. Hast du diese helle, flackernde Lichter am Himmel bemerkt? Sie tauchen auf, als diese komischen Sanduhren vom Himmelfilm. Ich frage mich, was sie sind. Auf jeden Fall wünsche ich, sie wären nicht so hell. Sie blenden. Ja, dann lass mich das einsammeln und dann ist der ganze Kram auch schon... Also hier ist Kletterpartie übel. Ich will natürlich den Eiswut ansetzen. Der ist kawaii as fuck. Schön, dass er jetzt hier belebter ist. Oh, hallo Mr. Glitch. Anstecker sind jetzt total in, das wurde mir gesagt. Also kaufe welche. Ähm, upgrade deinen Dingsbums zu einem Roller-Fick. Mit verstopften Ohren-Nuschel-Anstecker. Mit verstopften Ohren-Nuscheln plötzlich alle. Ein Treffer-Held. Ähm, nö. Den hätte ich gern. Den hätte ich gern. Der ist cool. Super. Bye, bye. So, ähm, können wir uns ja leisten. Hat die Kleine sie auch verdient. So ein paar neue Anstecker für ihr Hütchen. Genügsames Mädchen, doch. Zur alten Windmühle geht's hier entlang. Okay. Äh, sei sicher, dass du den Pfad ansteuerst. Ah ne, die muss ich ja glaube ich erst bes- äh, so weit kann ich ja noch gar nicht gehen. Ich glaube ich muss erst diese Hörner- Blasen die Hörner, um neue Wege zu öffnen. Genau. Ähm, das ist das Problem, was ich meine. Ein, der uns umrempelt. Genau, der haut uns zur Seite. Aber der tut nicht weh. Also nicht alle. Yo. Er hat die Kleine aber schön in den Horn gepustet. Supi. Ah, ich dachte, ich muss das für jedes Mal machen. Nee, es hat einmal geschickt. Schön. Du hast jetzt, du hast das Ziegendorf abgeschlossen. Super. Ähm, hab keine Ahnung, ob ich das gebraucht habe. Da lang muss ich irgendwie. Ähm, nee, wir wollen unseren Ziegen, ähm, unseren... Dingsbummshut aufsetzen. Unseren Eishut. Der ist am coolsten, finde ich. Äh, zur Dämmerungsglocke geht's hier lang. Ja, also wir können jetzt in verschiedene Gebiete reisen. Ähm, die Frage ist, will ich da lang, muss ich da lang? Ja, da lang muss ich. Flup, 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 boing. Die Vögel am Vogelhaus stehlen leuchtende Dinge. Ja. Das kann natürlich schon manchmal ärgerlich sein. Ich glaube, dass es zu den Sanduhren da lang geht. Ja, ich will ja erstmal ein bisschen Kohle haben. Kleine muss sicher ihr Taschengeld verdienen. Obwohl die eigentlich, bei dem, was sie hier abliefert, extrem viel Taschengeld schon verdient hat. Das muss man so sagen. Nein! Ach, Mist. Warum ist sie denn da jetzt nicht... Mein Fehler, mein Fehler. Ich will der Kleinen jetzt nicht irgendwie... Genau, das hätte ich machen müssen. Ich finde, ich kann mich bei der Kleinen hier, kann ich mich echt nicht entscheiden, was für ein Hüt ich aufsetzen möchte. Von daher... Hm. Hm. So, Vogelpass-Abzweigung. Weil die Hüte eigentlich alle ganz cool sind von der. So, muss ich jetzt eigentlich erstmal in diese langen Sachen hier freischalten. Hä, dieser Weg führt zu keinem Gipfel. Und trotzdem führt er mich irgendwo hin. Ach. Boah, das wird übel. Eieiei, ich halte die ganze Zeit die Luft an, weil ich mit Fieber und nicht runterfallen will. Du hast gesagt, dieses Ding führt zu keinem Gipfel. Was ist denn das? Ähm... Will ich da schon hin? Soll ich da hin? Nö, eigentlich nicht, ne? Boah. Alter Schwede, das hat die echt gut gerettet. Muss ich wahrscheinlich hier lang. Na gut. Hier kann ich auch zur Not nochmal hier lang. Wenn das überhaupt ausreicht. Boah, da ist so ein Sprungding. Kaum zu sehen, aber man sieht es gerade so. Ja, das weiß ich schon. Okay. Muss ich hier lang? Will ich hier lang? Ich will eigentlich da lang. Das bedeutet, ich muss da rüber. Die Frage ist, wie komme ich denn da rüber? Muss ich hier auf irgendeinem Gipfel? Hier lang vielleicht? Gut, ähm... Ich probier's einfach mal. Ich probier's einfach mal. Warte mal. Da lang geht's... Auch irgendwo hin. Von da nach da? Ich will mal was probieren. Ach nee! Ähm... Da brauche ich den da erstmal. Ich glaube, hier mit dem Roller kann ich eh nicht so viel anfangen. So, die kleine Stüpp, wenn sie das nochmal macht. Ja. Das war aber abzusehen. Das habe ich mir aber schon fast gedacht. Boah! Da krieg... Kommst du beim Zocken nochmal richtig ins Schwitzen, ne? So. Okay, wir fangen hier wieder an. Das ist ganz gut. Ich möchte auf jeden Fall diesen Hutgarn haben. Nee, so weit komme ich doch gar nicht. Warum sah das denn von da oben so viel näher aus? Ich guck einfach mal. Da ist ein Horn auf der Spitze. Okay, ich muss diesen Berg erklimmen. Ich verstehe. Hallo, Föhrchen! So, für die Sakura setze ich natürlich diesen Hüt... Dieses Hütchen auf. So, ich komme da nur hin, wenn ich die Spinne benutze. Nee, komme ich nicht, aber... Dann bringe ich im Wecker auf Platz. Könnte bestimmt der Hino auch gefallen. Also hier diesen Katzenspuren entlang. Checkpoint! Wäre auch schlimm, wenn es hier kein Checkpoint geben würde. Ich dachte, hier wäre ein Horn. Was denn jetzt? Boah! Ist das gemein! Wieso fliegt? Oh, wie cool! Ich wurde erst goldig und cool und dann goldig sein. Ah! Okay, ich verstehe. Alles klar. Ich muss also erst die Hörner pusten. Ja, pusten! Und dann komme ich hier in Ruhe zurück an... So, und jetzt zurück. Und dann kann ich nach vorne links driften. Driften... Oh, super! Nee, komm, lass gut sein. Ja! Ich will nach links. Whee! Indiana Jones ist nix gegen mich! Haha! Ich bin Indiana Head Kid. Head Kid... Jesse! Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man... ...die Kleine nennen kann. Ah! Hier gibt's... Ich find's... Ich hab das schon mal gesagt, ne? Aber ich find's immer noch goldig... ...wie die Kleine einfach über die Dingsbums... Und das ist ja ne schwache Feder. Boah! Du! Böser... Waschbär! Ich bin doch deine Freundin! Ich hab doch auch so'n schönen... Hut auf! Du bist fast am Vogelhaus! Ah, super! Das ist schön! Freu ich mich! Aha! Gibt's hier irgendwas? Nee, okay. Okay. Du, 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 du... Ähm... Jetzt brauch ich mal meinen kleinen... Gandalf-Hut. Hehehehe! Ja, das ist mein Gandalf-Hut. So, noch ein Herzchen. Einfach so, just weil wir's können. Okay. So, ich könnte da rüber. Die Frage ist, möchte ich da schon rüber? Ja, da muss ich hin. Ich will aber erst mal hier was gucken. Ob ich hier vielleicht noch irgendwas... Nee, da müsste ich hin. Hier müsste ich aber eigentlich auch lang. Nee, das schaff ich doch gar nicht. Ich kann da lang und da hoch. Ja, aber ich kann auch diesen Weg gehen. Dazu muss ich aber erst mal hier wieder was freimachen. Nein! Ich hab da schon den richtigen Hut gehabt. Was ist denn das? Das muss nach unten. Okay, ich verstehe. Okay. Hat das jetzt irgendwas bewirkt? Ich hoffe doch. Eieiei. Kann ich das von hier? Ja. Ja. Oh, geil. Wie die Kleine einfach so richtig eklig gerade gelacht hat. Hehehehe. Oh, das war... Oh, das war so eklig von der Kleinen. Aber cool. Doch. So eine richtig... Ich weiß, ich bin jetzt gestorben. Entschuldigung dafür. So eine richtig eklige Lache. Boah. Die Kleine ist böse. Böse! Krieg ich das nochmal hin? Nee. Okay, gut, schade. Aber diese eine Lage war so ekelhaft. gerade von der so richtig dreckig. Haha, geil. Schön. Freue ich mich. So, haben wir jetzt diesen Parcours endlich hinter uns. Ich muss ja so hoch es geht. Oder ich will so hoch es geht. Ne, ich muss da hin. Okay. Jetzt natürlich den Waschwellhut aufsetzen. Ach, herrlich. Ich hab nur keine Ahnung. Vogelhaus. Alles klar. Da haben wir doch schon wieder einen Glitch. Der kann uns bestimmt wieder irgendwas Schönes verkaufen. Kann ich mein Herz nicht bei dir loswerden, Onkel? Bist du gekommen, um einen weiteren Kauf zu tätigen? Ja, verringert die Abklingzeit für Hüte. Hutmacher-Anstecker. Der ist eigentlich... Nein, ich hab nicht genug Kohle. Dafür auch nicht. Boah, ich hab nicht genug Geld. Kannst du mir nicht den Preisnachlass geben? Guck mal, ich geb dir auch ein Küschchen. Nein. Gut. Die Kleine kriegt leider keinen Rabatt. Und dafür machen wir jetzt erstmal uns... Machen wir erstmal Jagd auf Vogel. Ja, das sind diese verrückten Eier. Die machen Bumm. Da kannst du aber... Da kannst du aber sicher sein. So, ich weiß, wo ich lang muss. Aber ich will trotzdem hier nochmal langen. In der Hoffnung, hier nochmal einen Schatz finden. Ah, nee, ich hatte... Das war nun gut, Garen. Okay, na gut. Ist aber genügsam, die Kleine, muss man schon sagen. So... Zwischendurch mal ein Anstecker. Ein bisschen Wolle. Hier stimmt irgendwas nicht mit den Eiern. Ja, manche Eier sind echt... Jo, 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 jo. Gut, die Eier machen Aura. Die Eier machen Aura. Die Eier sind böse Männchen. Ganz weit weg davon. Obwohl ihr wer Böses denkt. Obwohl Eier ja gesund sind. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Elvis-Vogel war. Oh, warte mal. Da ist doch irgendwas. Das sieht für mich so aus, als müsste ich mal hier hinter das Vogelhaus... Dafür brauche ich diese Gruselmaske. Oh, aber das ist knapp. Oh. Oh, das muss richtig gut getimt sein. Mist. Ich hätte es geschafft. So, das muss jetzt gut getimt werden. Oh. Oh, Kuchen. Geil, lecker. Oh, das geht auch so. So, jetzt setzen wir aber mal diesen Gruselhut auf... Ähm, den Gruselhut ab. Nein! Bäh. So, hier gibt es noch einen Schatz. Die Frage ist, wie komme ich da dran? Ich glaube... Warte mal, warte mal, warte mal. Von da komme ich nicht dran. So, von hier, okay. Von da oben. Irgendwie. Ich will mal was gucken. Vielleicht klappt das hier. Nein, 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 nein. Geh weg! Geh weg, 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 geh weg. So, okay. Irgendwie... Hier hoch. Geh weg, du blöde Elvis-Eule. Jetzt brauchen wir hier noch mal ein bisschen den Gather-Gandalf. Booyah! Ja, da hast du recht. Wart. Komme ich da so dran? Ja, super! Genial! Und noch einen Kuchen. Oh, lecker. Komm, 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 komm. Oh, ich will einen Schokokuchen. Ich will einen Schokokuchen haben. Schickt mir einen Schokokuchen. Bitte. Bitte, bitte. Äh, 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 so, ähm, die Frage ist, wo möcht ich jetzt lang? Ha! Okay, da hoch müsste ich... Kann ich irgendwie so ein bisschen tricksen? Ich dachte, ich könnte hier so ein bisschen tricksen. Gut, dann halt nicht. Dann muss ich doch hier lang. Okay, dann gehe ich halt den regulären Weg. Warum eigentlich nicht? Tut ja nicht weh. Oh! Oh, du elender Elvis-Vogel, du komisch... Alter, was ist denn das für ein komischer Vogel, ey? Da ist noch ein Ei. Die Frage ist, komme ich da so rein? Ran! Nicht rein, sondern ran. So, das liegt daran, dass ich nicht diesen Katzenhut aufhatte. Sau, du elender Lümmel! Boah, ist das mies. Ist das mies mit diesen Vögeln. Die, oh, diese kleinen schwarzen Vögel, die siehst du hier auch in diesem Nest nicht. Die sind perfekt, wirklich perfekt getarnt. Ich will hier rüber. So, die Frage ist, komme ich denn hier ran? Natürlich. Ohne Token-Münze! Super! Wie viele Rist-Token habe ich denn jetzt eigentlich? Ähm, zwei. Das bedeutet, ich kann mir jetzt bald wieder irgendwas Besonderes holen. Ich weiß noch nicht was. Ich glaube, man kriegt... Ah, eine neue Farbe oder so kriegt man. Stimmt. Da war ja was. Oh, wollte er mich gerade wieder da runterschubsen. Hast du das gesehen? Bäh, diese Eier. Mh, Rührei. Wer kriegt Hunger? Ähm... So, hier hoch muss ich. Schwupp, schwupp, schwupp. Wlup. Oh, ist aber eine lange Leiter gewesen. Zum Glück ist die Kleine relativ fix, was das angeht. Wunderbar! So. Ähm... Ich weiß, ich ziehe das jetzt extra... Boah, das tut Aua. Aber so habe ich dieses komische Ei nicht die ganze Zeit vor meiner Nase rum eiern. Ha, vergiss es! So. Aha. Ähm... Ich habe keine Ahnung, was das für ein fettes Fieder ist. Die ganze Zeit da so rum eult. Haha, rum eult. Hahaha. Euler hat er gesagt. Weißt du? Ja, ich kann nicht so viele Vogelwortwitze. Entschuldigung. Bin da nicht so gut dabei. So. Ich muss nicht mal hier weiter. Oh, Mann! Ernsthaft? Das ist cool. Hat er das eigene Ei runtergehauen? Alter, das sind alles hier so komische Vögel. Oh, schon wieder ein Vogelwitz! Hat er nicht gesagt... Hat der Grafenix gesagt, dass er das nicht kann? Mh... Lass mich raten. Der tobt bestimmt gleich wieder da rum. Oh, wie cool! Hat er gerade gesagt? Oh, das ist cool. Du hast das Vogelhaus abgeschlossen. Die Blumen gehen jetzt auf. Ich glaube, die triggern irgendwas. Oh, oh. Ähm... Gut. Was sagt denn die Zeit? 25 Minuten. Das geht noch. Hast du diese Hände? Ja, ja, komm. Hände. Okay, ich habe schon bequatscht. Stimmt. Mit jedem Zeitstück, was wir jetzt finden, triggern wir so eine Dingsbums. Achso, da brauche ich ja diesen... krassen Sprung. Warum resettet sich der Hut? Ich hätte gern... das da auf. Oh, super. Schön. Ähm... Da lang muss ich. Okay. Kann ich ja machen. Ich habe es ja freigeschaltet. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Ha, 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 ha. Ha, ha. Hm. Ich muss da irgendwie hoch. Die Frage ist, wie komme ich... Ah, okay. Ich weiß wie. Aber... Das machen wir im nächsten Part. Hm? Also, bis dahin. Thank you. Goodbye.